Bist ihr Bescheid? Joho und ne Buddelfall rum und willkommen zurück bei Black Flag. Mein Name ist Killersaal und ihr schaut Webby TV. Nein, das ist das Steam Overlay. Ich wollte die Karte öffnen. Dann habe ich eine Animus-Fragmente, Truhe, Truhe! Rechts von uns ist eine Truhe. Truhe, rechts. Die hier vorne wahrscheinlich. Truhe, 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 Truhe. Okay. Ja, fallen lassen. Ja komm, lassen wir uns verfallen. Da. Yeah! Wir haben uns fallen gelassen. Dieser Schoner sollte ausreichen. Was? Ach der Baum. Okay. Ja, äh. Muss ich da irgendwie was Bestimmtes für haben? Bevor ich diese Truhen finde? Naja. Das ist ein bisschen. Ich fühle mich. in diese Truhe, oder? Bist du Bescheid? Bin ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Ach, wisst du was? Jooooooooooo Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben lau. Übertrieben lau. Da komme ich hinter und das sehe ich doch. Da komme ich hinter und das sehe ich doch. Aha! Truhe! Erbeuten! Ich weiß noch nicht mal, wo ich hier hin muss. Du wirst hängen für deine Schandraten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorrede aufzufrischen. Nein, wie kann ich... Inventar. Okay. Ich suche eigentlich gerade... Ah ja, nein, danke. Ja, hab ich gesehen. Anpischzonen. Bereiche mit dichter Vegetation... Bereiche mit dichter Vegetation können als Anpischzonen benutzen. Sie können sich daran verstecken und unbemerkt bewegen. Nutzen Sie sie, um sich Ihren Zielen heimlich zu nähern. Kann ich ein Sneak Attack? Und ein Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich glaube, ich glaube, ich habe noch nicht zu spalten. Ich habe noch nicht zu spalten. Ah, okay. Ah! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Ich bin ein Schädel! Ich bin ein Schädel! Ich bin ein Schädel! Ich bin ein Schädel! Komm schon, dann! Ich bin ein Schädel! Frischo! Oh Gott! Beute, 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 Beute! Bei Gottes Gnade, Sir! Ich danke euch! Ich bin euch ewig dankbar! Ist das deins? Es ist mein Schoner! Doch, äh... Hier liegt mein armer Kapitän! Und ich habe kein Talent fürs Segeln! Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge! Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan! Wie heißt du, Freund? Steed, Steed Bonnet! Nun, Meister Bonnet! Das muss jetzt unter uns bleiben! Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König. Gott schütze ihn und muss unverzüglich Havanna erreichen! Ah, das höre ich gern, Sir! Havanna ist auch das Ziel meiner Reise! Wir haben denselben Weg! Dann sind wir verbündet! Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir! Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah! Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen! Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf! Das hat mich erschreckt! Ich muss gucken! Aber... Bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen! Da gibt es wohl Schlimmeres! Er hat zwar Nachkugel, ich will trotzdem müssen, ob ich hier noch anders plündern kann! Halt! Ich kann plündern! Plündern, plündern, plündern! Yeah! Ist das anstrengend? Hätte ich doch den Mantel ausgezogen! Bist der... Typ jetzt... Yes! Puffin seriously! Oh! Ich kann jetzt das ersprennen! Und... hopp! Na ja! Super! Hier komme ich nicht hoch! Äh... Wie komme ich da ab? Ähm... Pff... Nun... In der nächsten Folge sind wir mit Sicherheit wieder trocken! Und da werden wir auch meine... Mad-Schiff-Skills sehen, wie gut ich im Fahren eines Schiffes bin! Aber bis dahin... Haut raus Leute! Wir sehen uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Black Flag! Ich bin Kilsöl! Ich bin Ross!